So, jetzt sind wir wieder da, sorry für den kleinen, äh, Unterbrechungen. Mir fällt grad auf, ich hab mal... Den kleinen Unterbrechungen, ne? Ich hab halt, ähm, einen Skillbaum komplett durchgeskillt. Bis aufs letzte, halt, das letzte Level. Ach so, ich nicht, hab noch einen übrig. Also ich hab noch ganz viel übrig. Ja, ich hab halt noch ein, ähm, Ding, was ich noch nicht benutzen kann. Und drei, wo ich ja nicht geskillt hab, auf dem Baum. Ach so, ja, ich hab, ähm, Schüsse auf einen, auf einen Feind verringern, die Abklingzeit des Gan, äh, Gansoirken. Das hab ich nicht gelevelt, weil's, keine Ahnung, ich sah da keiner irgendwie. Und beim Weiterfeuern beim Gansoirken hat mir auch nichts gebracht. Hä? Machen wir weiter, ne? Ganz kurz mal. Hä, ich hatte mal was gelevelt, ähm, über die normale Norm, über die, äh, über die Norm raus. Auf sechs, sechs auf fünf oder sowas. Das ist irgendwie nicht mehr drinne. Ach bloß. Okay, kurz machen wir mal schnell eine andere Quest weiter, ne? Hä, was geht das ab? Ich hab... Hä? Julian, war mal ganz kurz. Welch, wie viel Level braucht man nochmal, um, ähm, um das allererste zu machen? Fünf, oder? Ja? Okay, dann hab ich jetzt 25, hab ich, äh, da hab ich 21, okay, dann passt das ja eigentlich ganz genau. Komisch. Ja, gut, okay. Ähm. So, wir machen die Quest schnell. Lecker. Ah, da müssen wir hin lang. Nicht mal looten hier, schlimm, also. Ich find hier die Kohle und er, dann lauf einfach dran vorbei. Bitch. Ah, Freunde. Ich glaub ich such mal den Max die Statistiken für Borderlands raus, wie oft ich gestorben bin. Hier neben dir und hinter dir. Wunderbar. Äh. Ich wollt grad sagen. Oh, erstmal scheißen gehen. Dass du das Korea News gesagt habt. Ah, ich mach weg. Bin auch zu cool zum Sterben. Irgendein Quest-gegenstand das hier. Ah, essen. Hey... Oh. Sorry. ich guck mir so die gegend an während ich dich heile warte mal vielleicht kann man hier noch irgendwas machen da oben ist eine kiste aber treff ich einfach nur scheiße oder kriegen wir weniger schaden durch headshots ne du triffst einfach gar nicht irgendwie die schulter ich lunger gerade irgendwo rum wo es nichts bringt nur nicht sterben kämpfst du da weiter ich hole schon mal das essen mongo ernsthaft da ist einer wunderbar da ist er nicht mehr der ist tot julian ja ja wieder belebung weg 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 da gehst du einfach so gut in der sack quitsch ich höre eigentlich die musik ist ziemlich laut nein ich lud mal kurz so leute ihr kriegt auf die fresse oh die reden ja noch ein wenig ja jetzt könnte ich dir verrecken womöglich ja falsche waffe ich hab Lifestyle fällt mir grad so auf ach deswegen lebst du so lange ja klar immer wenn ich einen gegner getötet hab und den gegner nach anschießt zieht sie mir von dem Leben ab ich hab grad eine Errungenschaft ins team gekriegt wie oft gestorben ne städtereiser oder sowas das wäre geil wenn ich die mal kriegen würde ich bin mir zu oft gestorben dürfte das spiel nicht mehr spielen oh mann den krieg der noch ich krieg der noch ich krieg der noch scheiße ich hab mir da extra angeschossen deswegen ja ich bin wegen feuer gestorben ist er eben gestorben ich bin wegen dem feuer gestorben habe ich eben gesagt oh hier gibt's Waffen ja warte kurz auf mich wie viel zieht die Schrotze äh 134 x 6 kannst du mitnehmen ja die liegt jetzt in dem Verkauf ja die ist scheiße achso die ist nämlich scheiße 119 x 6 mindestens x 12 oder so und dann im hunderter bereich und dann im hunderter bereich fuck hm das ist nix Impuls ja da sowieso da ist ne ziemlich gute bazooka zieht 6300 sogar besser als meine zu Leichenplündern wenn du bei mir einkaufen kannst hm sichern und laden was hat meine Gnadegeschwindigkeit das mach ich nie wieder naja komm können doch beide alten bleiben sieht nämlich geiler aus du hast als erster ernsthaft Iridium vergessen ne was? weil du nie die Mülltonnen lootest weil du nie die Mülltonnen lootest ich bitte dich das n äh viel zu easy wenn du nebenher lootest wenn du nebenher lootest wunderbar danke kill den halt für mich willst du 6p abstaufen für dich haben Iridium da ist einer alter weißt du mir sagt er jedes mal nicht sofort looten wenn er ist was er ist ne nein da renne ich nicht runter ja wir müssen zu Duke Kino zurück hey hier gibts noch loot wat? such mal den Dingschalter den Stromschalter wieder na wie sieht der nochmal aus? einfach den Kabeln folgen da war doch grad loot da war da 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 ist loot hab ich ihn gefunden Riko? ist nicht aus sag bloß bin auch nicht hingegangen kannst kurz da runter jumpen zu der Hütte da da hast du da Hütte da 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 hin ne mach du doch ja jump du doch schnell ich hab mich schon gesucht ich hab mehr Platz im Inventar frei nein hast du nicht ich hab verkauft grad eben verdammt ich will aber nicht runter springen wir springen gemeinsam komm scheiße geht auch ich weiß nicht wie man hier wieder hoch kommt meinst du hier? willst du Schalter an der Wand sein? ja auch einer bring dir was mit ich will Koki okay ein richtiger ist ein Sniper drinnen mit 451 irgendein Effektschaden Feuer wie viel? äh die Hälfte oder so oh ich hab einen ziemlich guten Sniper grad gefunden den ich dabei hatte eine Granaten-Mod die ist langweilig der zieht 700 uh ich sollte öfter meine Waffen durchchecken was ist das da? ist das ne Schrotze? 800 x 3 ist natürlich geil testen wir mal aus das ist ziemlich gut oh der ist das hier Sniper ist ein MG alter eine Pistole die zieht 440 nein Revolver ja fast Revolver ein Sniper der zieht 717 willst du den mal angucken? aha ja nimm dir den Schwanz aus dem Mund das ist das da? ja komm ich geh kurz den Sniper rüber da ziehen wir mal rein durch die Nase und hab ich noch für Schilde mhm mhm tiert sich das tiert sich das nein zieht er äh zieht er mehr als der andere den du hattest? jup ja gut dann kannst du mir den anderen ergeben yes gebt dir mal die Waffe die ich hab Moment gleich Neue Schrotze mit gut Munition Können eine geben, die macht mehr, obwohl ne Alles hier nehmen Hier ist der Dreifachschuss, aber ist halt nur effektiv gegen Schilde, der Rest ist scheiße Ok Ich guck gerade mal alle meine Sniper an Boah, fuck sind die Dinger scharf Was frisst denn du? Hmm Tindas of Hannover, Cheddar Cheese, Rätsel Pieces Was? Was? Ja mal voll geil gibt's bei Edeka, das sind so Rätselstückchen mit komischen Geschmacksteilen Packungen außen rum Was war das für ein Name? Alter der Name Ist ja nichts irgendwie mit... Ah, hast du dir meine Schrotze angeguckt? Ja Ja Ja, die sieht voll geil aus Geiler als du Äh, die hat aber keinen Dreifachschuss, die Waffe, die Sniper, die du mir gegeben hast Hat sie auch nicht, die habe ich behalt Ach so Die macht mich 772 Ach okay Ach so, du hast immer einen Dreifachschuss, die ist gay Wieso hast du denn zwei Sniper? Ja, ich hab zwei Sniper Warte, hä, das ist noch ne Quest, sollen wir kurz annehmen? Das ist die eine selbe, die wir schon die ganze Zeit haben Ach so, stimmt ehrlich vor Versuch zu aktivieren WTF Ich mach jetzt wieder Hardcore-Slack-Schaden Hm? Aua Kommst du? Ich bin grad am verrecken Kann ich nicht wiederbeleben, ne? Ja, passt schon Schaff ich's selbst noch Also 3600 mit einem Schuss zu ziehen, ist schon was Nico, komm mit, wir müssen das Gags schlachten Un-Crit Nico? Ich bin aufm Weg Ich bin aufm Weg Lalalala Nein Nein Ich frag mich grad auch wo... Wir müssen hier nochmal alle töten, ne? Wat? Und ich will endlich da oben mal drauf Da will ich mich mal nicht los